Dialog Nummer 4, Page 254, Nummer 8, Mein Traumhaus. Darlene, was ist dein Traumhaus? Mein Traumhaus ist am Lake Washington in Seattle. Es hat sechs Schlafzimmer und jedes Schlafzimmer hat eigenes Bad. Das Haus hat ein großes Wohnzimmer mit Zesseln, einen Fernseher und einen Tisch. Es hat auch eine große Küche mit einem Esstisch und die Garage hat Platz für vier Autos. Mein Traumhaus hat auch eine wunderschöne Ansicht. Wie ist dein Traumhaus, Mary Jane? Darlene, ein Traumhaus bringt mir kein Glück. Aber ich will ein Haus neben dem Strand oder den Bergen. Es soll drei Schlafzimmer und drei Badensimmer haben. Im Sommer werden meine Kinder mich besuchen. Morgens höre ich die Wügel und abends höre ich die Euler. Sehr schön. intimate, eine Ausleitung und blöde. Okay. Okay.